Willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe Nummer 72 vom 28. Oktober 2017, wie immer mit Philipp Hansel und mit Ulf Burmeier. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem wöchentlichen Radio-Rückblick auf die politische Lage in Deutschland und der Welt. Ich sage jetzt mal einfach Radio, wobei wir natürlich ein Podcast sind, selbstverständlich, aber irgendwie so mit so einem großen Mikro, was ich hier vor der Nase habe, fühlt sich schon fast an wie in einem Radiostudio. Ich bin aber gar nicht im Radiostudio, ich bin gerade in Jerusalem, bin gerade auf Reisen und Philipp ist auch unterwegs. Du bist in München, Philipp. Genau, ich bin in München und der Anlass ist eine kleine, aber feine Konferenz, die Subscribe-Konferenz. Das ist so eine Konferenz von Podcaster, Podcasterinnen organisiert für Podcaster und Podcasterinnen und auch Hörer. So 200, 250 Leute treffen sich so ein, zweimal im Jahr und dieses Jahr mal wieder in München beim Bayerischen Rundfunk und die hatten gefragt, ob ich da nicht ein bisschen was zur Lage erzählen kann. Habe ich gern gemacht, war auch schön, war gutes Feedback und deswegen bin ich in München. Aber da kann man vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Also ich habe bei der Konferenz ein bisschen was zur finanziellen Situation der Lage erzählt und das müssen wir natürlich auch an dieser Stelle nochmal machen und erläutern. Und verbinden mit einem herzlichen Dankeschön. Genau, also ganz klar, also wir sind momentan rein spendenfinanziert und deswegen denke ich, müssen wir da auch mal ein bisschen erklären, was so Stand, der Kassenstand so ist. Und es ist so momentan, dass wir durch Spenden, durch eure Spenden, durch Daueraufträge und durch die Aboeinnahmen so ungefähr 2.500 Euro im Monat einnehmen. So, das ist, muss man sagen, brutto, da gehen da nochmal 19% Umsatzsteuer von ab, da bezahlen wir Clara und Lea ein bisschen was davon, wir müssen Server zahlen, wir zahlen auch mal einen Coder und so. Also das, sagen wir mal, das ist gut so und das, da sind wir extrem dankbar dafür, dass das schon so gut läuft. Allerdings würde ich sagen, ist ja der Plan auch die Lage, sagen wir mal auszubauen, zu verbessern, weniger Fehler drin zu haben, mehr Zeit rein investieren zu können und auch wirklich mal eigene Themen länger recherchieren zu können. Und auch ich habe ja immer gesagt, dass ich das auch als, sagen wir mal, Projekt sehe, was journalistisch ist und was nachhaltig finanziert werden soll und wo alle die, die daran mitarbeiten, einschließlich mir, dann auch mal, sagen wir mal, ein realistisches Einkommen raus generieren sollen. Und damit das der Fall ist, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Also ich denke mal, wenn man wirklich die Lage noch besser machen soll, wenn das auch realistisch bezahlt sein soll, dann landet man schon eher so beim Doppelten bis Dreifachen dieser Einnahmen. Und wir haben da auch ein bisschen drüber diskutiert und da bei der Subscribe kam auch so Feedback, wo einige auch eher überrascht waren, dass es dann, die hätten sozusagen mit mehr Einnahmen bei der Lage gerechnet. Aber insofern war das mal ganz interessant, das mal transparent zu machen und viele haben dann halt auch gesagt, so zu mir, ja, naja gut, hätten wir das gewusst, so nach dem Motto, hätten wir natürlich jetzt auch mal was in den Topf geworfen. Also da bin ich mal gespannt, wie so die Reaktion jetzt von euch Zuhörer, Zuhörerinnen so ausfällt. Und also von uns, glaube ich, kann man nochmal appellieren, wer schon mal drüber nachgedacht hat, die Lage zu unterstützen mit einem Dauerauftrag oder mit einem Abo. Also, wie gesagt, da ist jetzt eine gute Situation, ein guter Zeitpunkt dafür. Vielleicht ist ja der eine oder andere überrascht auch, dass es dann doch vielleicht nicht so viel ist, wie viele erwartet haben. Und eine Lehre war auch noch aus den ganzen Debatten um diese Sommerinterviews und unseren Paid-Content sozusagen. Da kam, glaube ich, von Marco Herak kam auch so ein bisschen der Einwand, Leute, lieber Ulsch, lieber Tim, lieber Philipp, wundert euch nicht, dass da so viel Gegenwind auch kommt. Ihr müsst mal Zahlen transparent machen. Viele glauben, also es ist halt ein bisschen unklar, wie viel ihr da gerade einnehmt an Spenden und viele füllen diese Lücke mit irgendwelchen Fantasien. Und so kommt halt dann auch so Zwist und Unterstellung und irgendwelche Fehlannahmen zustande. Ich meine, das muss man dazu sagen, das waren natürlich absolut isolierte Einzelmeinungen. Das waren irgendwie ein, zwei Leute, die da uns ehrlich gesagt auch total aggressiv angegangen sind. So die krassesten Anwürfe haben wir dann auch schon rausmoderiert, wo ich mich dann auch ehrlich gesagt schon gefragt habe, irgendwie, was ist jetzt konkret dein Problem? Und zwar nur, weil Philipp jetzt irgendwie oder weil wir jetzt irgendwie die letzten zehn Minuten eines Interviews hinter so einer Paywall versteckt haben. Klar, die Kommunikation war nicht so geil, das haben wir ja hinterher auch gesagt, das hätten wir besser sagen müssen. Aber da fand ich die Reaktion auch so ein bisschen unangemessen. Aber der Einwand von Marco war trotzdem natürlich völlig richtig. Wenn man ein spendenfinanziertes Projekt betreibt, dann muss man auch so ein kleines bisschen Rechenschaft legen. Und denke ich, ein sehr schönes Beispiel ist ja Netzpolitik.org sei an dieser Stelle auch nochmal hervorgehoben für diejenigen vielleicht, die nicht so aus der Netzbubble kommen. Ein Blog, maßgeblich betrieben und geleitet von Markus Beckedahl seit über zehn Jahren inzwischen, das sich so insbesondere mit politischen Fragen der Digitalisierung beschäftigt, ganz viel mit Datenschutz und Überwachungsthemen. Und Markus hat auch vor einigen Jahren umgestellt auf Spendenfinanzierung, also gar keine Werbung mehr, soweit ich weiß. Und ist da auch sehr transparent, da gibt es sehr häufig so Berichte, was sie denn jetzt alles einnehmen mit den Spenden. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass sowas funktionieren kann. Natürlich könnte auch immer beim Netzpolitik noch mehr in die Kasse kommen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut. Und er kann eine ganze Reihe Mitarbeiter bezahlen von diesem Geld. Insofern, ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen einfach auch mal so eine kleine Transparenz-Offensive starten. Und deswegen hat Philipp da in München einfach mal ein paar Zahlen genannt. Ich finde aber interessant auch dabei, interessant finde ich dabei noch, was eben da unterm Strich bei rauskommt. Weil man so hört, 2000 Euro Spenden oder so, das klingt ja erstmal nach einer Menge, aber mit den ganzen Kosten, die dranhängen, bleibt da also maximal ein Tausender unterm Strich. Genau, und also ganz offen, also um das wirklich so zu so einem Projekt zu machen und auch noch zu verbessern, wie ich mir das so vorstelle oder wie wir uns das vorstellen, nämlich wirklich auch, wie ich habe es gesagt, noch mehr in eigene Recherchen, noch besser vorbereiten, noch mehr Zeit reinzustecken und auch wirklich die Arbeit, die ich speziell da reinstecke und andere wirklich adäquat zu bezahlen, müsste halt noch ein bisschen mehr reinkommen. Also ich glaube auch perspektivisch, um vielleicht noch andere Formate und andere Sachen und dieses Projekt weiterzuentwickeln, glaube ich, braucht man schon so ein bisschen das Zwei- bis Dreifache. Und deswegen nochmal danke an alle, die sich bereits engagieren und danke an alle, die das jetzt vielleicht beschließen zu tun. Und ich würde sagen, damit genug der Vorrede, los geht's. Wir müssen uns natürlich kümmern um die Jamaika-Verhandlungen, die natürlich in der letzten Woche begonnen haben und übers Wochenende jetzt pausieren. Und sagen wir mal so, also wer gehofft hatte, dass das eine Welle des Ausbruchs gibt und der guten Laune und der fluffigen Koalitionsverhandlungen mit einer schnellen Regierungsbildung, der sah sich enttäuscht. Also da hakt es doch an allen Ecken und Enden. Weil man sagen muss, der Philipp, damit hat ja auch, glaube ich, niemand gerechnet. Damit hat einer gerechnet, aber man, ja, also mit fluffigen Verhandlungen sicherlich nicht. Aber ich habe dann schon nochmal nachgedacht und dachte, ach, wäre doch aber auch schön, wenn bei dieser ganzen Koalition mal irgendwie so ein Wurf rauskommen würde. Weißt du, nicht so ein, nur so ein kleinster, gemeinsamer Nenner, so ein Kompromiss, na gut, weißt du, da machen wir hier ein bisschen und da ein bisschen. Sondern wenn es irgendwie auch so eine Vision für die nächsten vier Jahre und für so ein Land, für so eine Bundesrepublik geben sollte. Und danach sieht es schon mal gleich gar nicht aus für dich. Nein, danach sieht es bislang jedenfalls nicht aus. Ich teile da auch deine Sehnsucht danach, Philipp, nach diesem großen Wurf, dass man sagt, wir gestalten jetzt das Land einfach mal in eine ganz bestimmte Richtung neu. Weil, denn das große Problem der großen Koalition war ja diese Konsensiritis, dass man immer irgendwie eine sehr große Mehrheit im Bundestag hatte. Aber es auch immer irgendwie so eine Kompromisssoße war, die irgendwo in der Mitte angesiedelt war, politisch, was immer das konkret heißen mag. Aber es gab eben keinen klaren Plan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also aus der Perspektive des Wählers würde ich mir persönlich einfach wünschen, dass es mehr Alternativen gibt im politischen System. Dass es also meinethalb auch mal eine konservative Regierung gibt oder eine schwarz-gelbe Regierung zum Beispiel, die in eine bestimmte Richtung marschiert. Sodass man dann bei einem nächsten Bundestagswahlkampf sich zum Beispiel als Linkspartei oder als Grüne oder auch als SPD davon abgrenzen kann. Denn ich denke, die Demokratie lebt ja einfach auch von diesem Wechselspiel von Ideen, diesem Wechselspiel von Konzepten. Und insofern teile ich da so ein bisschen deine Sorge, Philipp, dass bei diesen Verhandlungen zwischen den vier Parteien, CDU, CSU, FDP und Grünen, letztlich wieder nur so ein klitzekleines Klein-Klein herauskommt, wo für alle so ein bisschen was dabei ist. Aber wo letztlich einfach keine klare Linie zu erkennen ist und wo dann auf der anderen Seite der nächste Bundestagswahlkampf wieder langweilig wird. Ich meine, immerhin sieht es nicht nach einer großen Koalition aus, das ist schon mal gut. Aber ja, ich würde mir da auch einfach wünschen, dass die Koalitionäre es schaffen, wirklich sowas wie einen Gestaltungswillen aufzubringen, ein gemeinsames Konzept irgendwie. Vielleicht kann das ja zum Beispiel so laufen, dass man sagt, also wer in einem bestimmten Politikfeld, ich sage jetzt mal Klima und Umwelt, dürfen die Grünen relativ weitgehend definieren, wo es hingeht. Dafür darf die FDP dann vielleicht die Steuerpolitik stärker dominieren. Ich weiß nicht, ob das eine Möglichkeit wäre. Was denkst du, könnte man das gestalten? Danach sieht es zumindest nicht aus. Wir können ja mal mit den Flüchtlingen anfangen, beziehungsweise Zuwanderung, das größere Thema. Da scheint es sozusagen, das haben wir ja auch schon in der letzten Lage so ein bisschen, oder in den letzten Lagen so ein bisschen analysiert und zusammengefasst. Also, sagen wir mal bei dieser, wir nennen es mal so ein bisschen strukturierteren Zuwanderung, ja, unter der Überschrift Zuwanderungsgesetz, da, glaube ich, scheinen sie sich schon relativ nahe zu sein, die Parteien. Allerdings, wenn es dann um Flüchtlinge, Asyl oder Genfer Flüchtlingskonventionen geht, da hat man jetzt bei den ersten Gesprächen überhaupt keine Einigung erzielen können, ist man wohl noch ziemlich weit entfernt. Also, die CSU pocht halt auf dieser Obergrenze, die Grünen wollen das gar nicht. Und irgendwie ist dann noch nicht so richtig klar, wie das aussehen soll. Und Dobrindt hat dann auch schon mal irgendwie angedroht, die Gespräche scheitern zu lassen. Also, Dobrindt jetzt als Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, so eine Art Fraktionschef der CSU. Und klar, das gehört so ein bisschen zum Handwerk, dass man da natürlich seine Position klar macht und dann auch mit allem Möglichen droht. Aber de facto inhaltlich scheinen die sich da noch ziemlich weit voneinander entfernt zu sein. Dito, Klimaschutz, ja, also da pochen die Grünen halt, das haben die auch, glaube ich, explizit mehrmals gesagt, dass sie halt konkrete Maßnahmen haben wollen, um diese Klimaziele, die die Bundesregierung verabschiedet hat, einzuhalten. Also, bis 2020 den Klimagasausstoß um 40 Prozent zu 1990 im Vergleich zu senken und bis 2030 um 55 Prozent. Und da wollen die Grünen nicht nur sagen, ja, wir bekennen uns dazu und wir wollen das erreichen, sondern die Grünen wollen konkrete Maßnahmen haben, wie das zu erreichen ist. Also, ich unterstelle mal zum Beispiel... Aber ganz ehrlich, ich meine, jetzt ganz ehrlich, ich meine, das ist doch auch das absolute grüne Kernthema. Seit 30 Jahren tritt diese Partei an, mit dem Anspruch, eine konsequent ökologische Politik zu betreiben. Und das ist nun mal ganz gerade das zentrale ökologische Thema. Also, saurer Regen ist Gott sei Dank nicht mehr so aktuell. Atomkraft ist Gott sei Dank auch abgeräumt, weitgehend in Deutschland. Wir tragen noch schwer an den Altlasten, aber im Prinzip ist das Thema durch. Jetzt ist gerade Klimawandel das zentrale Thema. Warum sollte man auch die Grünen noch wählen, wenn sie es jetzt bei einer Koalitionsbildung, oder wir sind ja formal noch in Sondierungsgesprächen, wenn sie es in diesen Gesprächen nicht schaffen, wirklich konkrete Schritte hin zu einer Begrenzung des Ausstoßes von Kohlendioxid zu erreichen? Warum sollte man dann noch die Grünen wählen? Sind wir noch in Koalitionsgesprächen, in Sondierungsgesprächen, oder sind das Koalitionsgesprächen? Oder habe ich mich vertan? Ich meine, das sind Koalitionsgespräche, ne? Also, glaube ich, können wir ja nochmal live googeln hier. Ich glaube nicht. Aber jedenfalls, wie gesagt, warum sollte man die Grünen wählen, wenn sie jetzt keine konkreten Schritte unternehmen hin zu einem Schutz des Klimas? Da muss man ganz klar sagen, kommt bislang noch Sperrfeuer von den Freien Demokraten. Und ich habe im Deutschlandfunk einen O-Ton gehört von einer Freien Demokratin. Ich glaube, es war Frau Suding, die da gesagt hat, wir wollen den Ausstieg aus der Kohle in diesem Jahrhundert. Also, mit anderen Worten, bis zum Jahr 2100. Und da muss man ganz ehrlich sagen, bis zum Jahr 2100 ist Hamburg irgendwie 50 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, da muss man einfach mal sagen, da hat irgendwer den Schuss noch nicht gehört. Da hat jemand den Schuss nicht gehört. Und Kohle, das muss man dazu sagen, Kohle ist halt ein Grund, warum Deutschland wahrscheinlich dieses Klimaziel, was sich für 2020 gesteckt hat, schon nicht erreichen wird. Da hatten viele gefordert, dass man eher aus der Kohle aussteigt. Also, und die FDP vor allen Dingen, also von diesen, finde ich, auch etwas absurden Forderungen oder Ankündigungen, noch in diesem Jahrhundert aus der Kohle auszusteigen. Die FDP will halt beim Klima, sagen wir mal, sagt, sie bekennt sich auch zu den Zielen, will da aber mehr Flexibilität drin haben. Also, die hätte dann auch gerne so Faktoren drin, ja, die Preise müssen aber auch noch bezahlbar sein und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft muss auch noch irgendwie in Betracht gezogen werden. Und so, deswegen brauchen wir da so ein bisschen Spielraum und das klingt so ein bisschen für die Grünen. Die Grünen sagen, ja, die FDP will sich da so ein Hintertürchen offen halten und die bekennen sich nicht wirklich dazu. Und hier grüner Umweltminister Robert Habeck aus Schleswig-Holstein sagt sozusagen, die FDP würde diese Klimaziele gar nicht ernst nehmen. Also, um diese Debatten geht es sozusagen, dass die Grünen da gerne harte Maßnahmen hätten und die FDP gerne ein bisschen auch Flexibilität und ein paar Hintertürchen sich offen lassen würde. Das ist sozusagen der Stand, glaube ich, der Diskussion beim Klimaschutz. Und deswegen gibt es da noch nicht wirklich was Belastbares und auch Anton Hofreiter, hier Fraktionschef der Grünen, der feuert da ordentlich gegen die FDP, die sich halt sträubt, sich sozusagen zu den Klimazielen zu bekennen, sagt er, die FDP streitet das ab, wir bekennen uns dazu, aber wir wollen halt Flexibilität. Also, da ist noch nicht so richtig viel Konsens in sich. Dann habe ich heute noch im Spiegel gelesen, dass die CDU überlegt, auch das Finanzministerium aufzuteilen. Also, weil ja, gerne, zumindest sieht es so aus, FDP-Chef Lindner sich auch gut vorstellen könnte, Finanzminister zu werden und in der Union es wohl Leute gibt, denen das ein Grauen ist, weil nämlich natürlich das Bundesfinanzministerium sehr, sehr viel Einfluss hat in Europa. Also, auf die, sagen wir mal, Gestaltung der europäischen Finanzen, ja, welches Land hilft jetzt wem in der Krise und müssen alle Länder den Krisenländern helfen oder gibt es da vielleicht doch einen Ausstieg aus diesem Mechanismus oder wird er vielleicht sogar noch verstärkt, so wie Macron das gerne hätte. Da hat das deutsche Finanzministerium großen Einfluss drauf und es gibt jetzt wohl Überlegungen in der Union, dem Finanzministerium diese Europa-Abteilung wegzunehmen und vielleicht zum Wirtschaftsministerium zu packen, was, wenn die FDP das Finanzministerium hätte, wohl in den Händen der Union landen würde und dergleichen. Also, solche Überlegungen, um solche Überlegungen geht es da. Das fand ich ganz interessant, dass es halt diese, schon so diese Ministerien-Arithmetik da voll am Laufen ist. Ja, und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ja ein No-Go. In solchen Koalitionsverhandlungen ist ja eigentlich der Deal, dass man zunächst die Sachfragen klärt und erst am Schluss die Personalfragen und insofern muss man sagen, klingt das erstmal nicht so wahnsinnig professionell, wenn diese Personalfragen jetzt eben schon vorne mit reingerührt werden. Es ist naheliegend, natürlich geht es jetzt allen Leuten, die da am Tisch sitzen, auch so ein bisschen darum, sich zu fragen, was sie in den nächsten vier Jahren für eine hübsche Visitenkarte verteilen können, aber für die Verhandlung ist das natürlich nichts Gutes. Übrigens am Rande, ich habe mal kurz diese Frage geklärt, also jedenfalls Markus Feldenkirchen vom Spiegel schreibt in seinem aktuellen Leitartikel, erschienen heute am 28.10. von Sondierungsrunden nach wie vor. Also ich glaube, formelle Koalitionsverhandlungen sind noch gar nicht am Laufen. Okay, gut, dann haben wir das geklärt, dann ist das so. Genau, und gut, jetzt dieser Spiegelartikel, das ist ja noch nicht Teil sozusagen dieser offiziellen Sondierungsgespräche, sondern im Spiegel, der schreibt dann auch, da wollte sich keiner offiziell zu äußern, weil das halt alles noch so, ja, eben genau noch nicht so die Zeit ist, um darüber zu reden, aber nachgedacht wird er wohl offensichtlich schon. Ja klar, aber das ist ja gar das Problem. Und das hätte halt, und das fand ich auch ganz interessant, das hätte halt wohl, so argumentiert der Spiegel, auch, sagen wir mal, substanzielle Auswirkungen auf die Macht von dort oder den Einfluss von Deutschland in der EU, wenn, sagen wir mal, die Kompetenzen vom, die Europakompetenzen vom Finanzministerium weggenommen werden zum Wirtschaftsministerium, dann würde nämlich bei den entscheidenden Europarunden immer der Wirtschaftsminister am Tisch sitzen, der aber gar nicht wirklich richtig Prokura hätte, um Geld auszugeben, sprich, er müsste sich immer doch noch mit dem deutschen Finanzminister rücksprechen und das würde natürlich, sagen wir mal, den Einfluss in Europa erheblich mindern, was ich erstmal so ganz überzeugend fand. Aber das ist so ein bisschen der Einblick in diese, sagen wir mal, Ministeriens- und Machtarithmetik, über die da gerade auch geredet wird. Ja, das ist schon ganz interessant, dieses Stichwort Europa zum Beispiel, würde ich gerade noch kurz ansprechen. Philipp, das ist sicher so, wenn man, wenn dann in Deutschland jemand am Tisch sitzt, der dann immer nochmal zu Hause anrufen müsste, das würde selbstverständlich dessen Position schwächen. Auf der anderen Seite wurden natürlich gerade Wolfgang Schäuble als deutscher Finanzminister in den Runden in Brüssel sehr häufig als extrem dominant, mitunter auch als arrogant wahrgenommen. Das heißt also, für das Bild Deutschlands in Europa könnte es durchaus vorteilhaft sein, wenn der jeweilige deutsche Vertreter oder vielleicht auch die deutsche Vertreterin dort ein kleines bisschen konzillianter auftreten würde, als es bislang bei Wolfgang Schäuble der Fall war. Insofern hat das Ganze auch immer irgendwie zwei Seiten. Nichtsdestotrotz, obwohl diese Verhandlungen jetzt sehr, sehr holprig und alles andere als reibungslos verlaufen, scheint dieser Jamaika-Koalition immer noch recht beliebt zu sein. Zumindest so der Ausblick auf eine solche. ZDF-Politbarometer sagt, 57% aller Befragten finden es gut, wenn Jamaika käme. 14% wäre es egal und nur ein Viertel fände es wirklich schlecht. Die Zustimmung ist am größten bei den Anhängern der Grünen. 86% der grünen Anhänger sagen, Jamaika wäre gut. CSU-Anhänger sagen 69% wäre es gut und FDP auch 69%. Also das scheint insgesamt noch so das präferierte Modell zu sein. Schauen wir mal, was da rauskommt. Also ich bin wirklich gespannt, ob da mehr rauskommt als so ein, ja, so ein großer Kompromiss. Ich meine, es ist natürlich immer ein Kompromiss, aber ob man irgendwie, wenn man das Ding liest, dann irgendwann diese 40 Seiten oder was das dann sein werden, 50, wenn man das liest und dann hat man das Gefühl, dass das jetzt wirklich ein schöner Entwurf für die nächsten vier Jahre, wo so eine Vision von der Republik drin steckt. Ich bin gespannt, ich habe da so meine Zweifel. Ich bin auch gespannt, aber wie gesagt, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich würde es mir jedenfalls wünschen, dass in irgendeiner Art und Weise, wie soll ich sagen, eben keine weichgespülte Politik dabei rauskommt, sondern eine, also nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern wenigstens sektorspezifisch eine klare Linie. Wie gesagt, dass man eben nicht auf jedem Politikfeld versucht, irgendwie was zu vereinbaren, womit alle total happy sind, alle vier Koalitionsparteien, drei Fraktionen, vier Parteien, sondern dass sektorspezifisch wirklich Akzente gesetzt werden und dann die Parteien nur das Gesamtpaket alle mittragen können. Das würde aus meiner Sicht jedenfalls dazu führen, oder ich sage mal, das hätte das Potenzial dazu zu führen, dass man dann bei der nächsten Bundestagswahl wirklich weiß, okay, also diese Jamaika-Koalition, die stand für A, B, C, D und dann kann man sich halt überlegen, ob man das gut findet oder schlecht findet oder man kann sich außerdem fragen, welche Partei würde denn auf diesem Politikfeld es anders machen und finde ich das möglicherweise überzeugender, dass man einfach so diese demokratische Wahl wieder hätte, die man irgendwie zu GroKo-Zeiten ja nicht so richtig verspürt hat. Also wir stellen fest, die Exekutive versucht sich zu sortieren und eine neue Bundesregierung zu bilden, aber auch das Parlament hat sich konstituiert, sprich die neu gewählten Abgeordneten haben sich zum neuen Bundestag zusammengefunden und das war insofern ganz interessant, weil da schon, sagen wir mal, sich andeutet, dass dieser Bundestag einen etwas anderen Sound und eine etwas andere Streitkultur an den Tag legen durfte, als der Vergangene, der ja geprägt war von dieser großen Koalition. Und damit auch dem großen Gän, das war ja wirklich so eine Legislaturperiode, über der quasi wie ein Mehltau lag, diese Übermacht der großen Koalition, das ist völlig richtig, Philipp, was du sagst, das wird im 19. Deutschen Bundestag glaube ich etwas anders aussehen, aber bevor wir auf diese Konflikte eingehen, würde ich einfach gerne noch einen Schritt zurücktreten und uns mal kurz die Frage stellen, wieso tritt da jetzt eigentlich schon zusammen der Bundestag, es gibt doch noch gar keine Bundesregierung zu wählen, na ganz einfach, ein Blick ins Grundgesetz gibt darauf die Antwort, das habe ich zur Vorbereitung dieser Sendung mir nochmal angeguckt, da sagt Artikel 39 Absatz 2, dass der Bundestag spätestens am 30. Tage nach der Wahl zusammentritt und wir haben ja am 27. September, nee am 24. September haben wir den Bundestag gewählt und dementsprechend war jetzt einfach ein Zusammentritt fällig und das bedeutet, dass der Bundestag eben sich trifft, dass einfach die Abgeordneten tatsächlich in einer Plenarsitzung zusammenkommen und bei dieser Gelegenheit wählen sie dann das Bundestagspräsidium, dazu kommen wir gleich, da geht es nämlich schon los mit diesen Konflikten, aber ich wollte noch eine Sache einwerfen, die ich ganz spannend fand, ich habe mich vor kurzem mit einer Bundestagsabgeordneten getroffen, wir haben uns im Kino getroffen und sind dann hinterher in der Kleinigkeit essen gegangen und da hat sie mir erzählt, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt die Arbeit aufzunehmen im Bundestag, das fand ich spannend, das wusste ich nämlich noch gar nicht, einfach weil die Ausschüsse des Bundestages größtenteils den Ressorts nachgebildet werden, also quasi den Ministerien nachgebildet werden, damit es da so eine Art Übereinstimmung gibt, damit also quasi für jedes Ministerium ein Ausschuss im Bundestag zuständig ist und haben wir aber noch gar keine Koalition und dementsprechend sind die Ressortzuschnitte noch gar nicht festgelegt und deswegen kann der Bundestag auch seine Ausschüsse noch gar nicht so richtig bilden, das heißt er ist jetzt konstituiert, wie man sagt, es gibt den 19. Deutschen Bundestag, aber er kann auch nicht so richtig arbeiten und deswegen wird jetzt gerade schon darüber nachgedacht, ob man einen sogenannten Hauptausschuss einrichtet, den gibt es auch in vielen Landesparlamenten, das ist so ein Ausschuss, der für alles Mögliche zuständig ist, zum Beispiel für Haushaltsberatung ist er in Berlin zuständig, aber auch für viele, viele andere Dinge und da überlegt der Bundestag, normalerweise gibt es im Bundestag keinen Hauptausschuss, sondern eben Fachausschüsse korrespondieren zu den Ministerien, aber man überlegt, wie man jetzt die Zeit überbrückt, bis es dann dereinst mal eine neue Bundesregierung gibt, um überhaupt sinnvoll arbeiten zu können, fand ich ganz interessant. Genau, dann wurde das Bundespräsidium gewählt, Präsident ist Schäuble geworden, er ist jetzt der zweithöchste Mann im Staat und dann heißt es ja immer, dass jede Fraktion ein Anrecht auf einen Vizepräsidenten hat und da müssen dann aber auch alle anderen zustimmen, also der muss dann schon auch mit der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden, das spricht, wenn also ein Vizepräsident, Präsidentin der Grünen in diesem Fall, Präsidentin gewählt wird, dann muss er halt mit der Mehrheit des Parlaments gewählt werden und das heißt, es müssen auch andere Fraktionen, Vertreter, Abgeordnete, andere Fraktionen zustimmen und dann kam es halt zu diesem Streit, weil jetzt auch die AfD natürlich drin sitzt und auch eigentlich ein Anrecht auf einen Vizepräsidenten hat und der wurde aber nicht gewählt. Nämlich Herr Glaser, Herr Glaser und er wurde nicht gewählt, glaube ich, weil sich viele an einer Äußerung stoßen, die so interpretiert wird im Allgemeinen, dass Herr Glaser von der AfD dem Islam die Religionsfreiheit absprechen wollte. Hast du das auch so verstanden? Ja, also das ist so ein etwas ungeschickter O-Ton, das muss man ja ehrlich zugeben. Er hat nämlich gesagt, der Herr Glaser, vielleicht hören wir uns das einfach kurz an. Ja, wir hören uns mal kurz an, was Herr Glaser von der FDP über den Islam gesagt hat. Nicht von der FDP, von der AfD. Nee, von der AfD, von der AfD. Also das erste Wort, was er hier sagt, ist Islam, das versteht man in dem O-Ton manchmal nicht, also es fängt mit dem Islam. Der Islam ist eine Konstruktion, die selbst die Religionsfreiheit nicht kennt und die sie nicht respektiert und die da, wo sie das Sagen hat, jeder hat von der Religionsfreiheit keine, schlickt. Und wer so mit einem Grundrecht umgeht, dem muss man das Grundrecht erzielen. Ja, also er sagt, ich paraphrasier das mal, er sagt, der Islam sieht halt in sich keine Religionsfreiheit vor und wer so mit Religionsfreiheit umgeht, also sprich sie nicht vorsieht, dem muss man auch hierzulande die Religionsfreiheit entziehen. Ja, und da muss man natürlich sagen, das ist eine Äußerung, die auf so vielen Ebenen falsch ist, dass man sich nur darüber wundern kann. Ehrlich gesagt deswegen schon, weil die Annahme schon nicht zutrifft, dass der Islam grundsätzlich keine anderen Religionen toleriere. Also ich habe zum Beispiel gerade noch jetzt im Flieger hier nach Jerusalem natürlich das Kapitel gelesen über die Geschichte der Stadt und da waren es interessanterweise muslimische Herrscher, die hier schon vor Jahrhunderten sowas wie religiöse Toleranz haben walten lassen, also die, die dafür gesorgt haben, dass auch Juden und Christen hier ihren Glauben leben durften. Christen gab es ja dann auch häufig schon verschiedene Art. Das heißt also, der Islam ist nicht notwendigerweise eine Religion, die andere Religionen nicht toleriert. Natürlich gibt es radikale Formen des Islam, da haben wir ja vor einigen, inzwischen ist bestimmt schon über ein Jahr her auch schon mal mit einer Islamwissenschaftlerin Miriam Seifert drüber gesprochen. Natürlich gibt es radikale, politisierte Formen des Islam, die eben keine Toleranz mehr walten lassen gegenüber den sogenannten Ungläubigen. Aber es ist einfach unzutreffend zu sagen, dass der Islam als solcher prinzipiell andere Religionen nicht toleriere. Und der zweite Punkt ist, wer so mit seinem Grundrecht umgeht, sagt Herr Glaser oder hat Herr Glaser gesagt, dem muss man das Grundrecht entziehen und muss man sagen, wie soll das eigentlich gehen? Also pauschal dem Islam das Grundrecht der Religionsfreiheit entziehen funktioniert schon mal deswegen nicht, weil Grundrechte ja immer an Personen gebunden sind. Also man braucht immer in aller Regel natürliche Personen, unter bestimmten Voraussetzungen kann es auch mal eine juristische Person sein, die aber jedenfalls Trägerin dieser Grundrechte ist. Und dem Islam als solchem kann man also die Religionsfreiheit nicht entziehen. Man könnte allenfalls darüber reden, ob dem einzelnen Menschen islamischen Glaubens die Religionsfreiheit entzogen werden kann. Aber auch das geht nicht als solches, sondern allenfalls kann natürlich wie jedes Grundrecht auch die Religionsfreiheit zum Beispiel auf gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden. Ja, das gibt ja zum Beispiel so einen ganz klassischen Konflikt zwischen dem Tierschutz und der Religionsfreiheit. Ja, das war so zu meinen Studienzeiten ein ganz heißes Thema in der Juristerei. Da stand der Tierschutz noch nicht als Verfassungsziel im Grundgesetz und da war so eine Standardfrage, oh lala, ist der Tierschutz überhaupt wichtig genug, um im Interesse des Tierschutzes zum Beispiel Regeln erlassen zu können, wie Tiere geschächtet werden können. Ja, es gibt irgendwie im Islam, oder jedenfalls gibt es islamische Richtungen, die verlangen, dass Tiere auf eine ganz bestimmte brutale Weise geschlachtet werden müssen. Die Details weiß ich jetzt auch nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall gab es da immer wieder Diskussionen. Ich glaube, das war so in den frühen 2000 dann, ob denn jetzt Tiere da geschützt werden können und müssen. Und letztlich ist man dann immer zu dem Ergebnis gekommen, ja, man muss es irgendwie ermöglichen, aber man kann schon strenge Auflagen erlassen, ja, für das Schächten von Tieren. Mit anderen Worten, nicht alles, wovon jemand sagt, dass es wegen seines Glaubens notwendig sei, ist deswegen auch gleich von der Religionsfreiheit unbedingt geschützt. Da muss dann immer im Einzelfall abgewogen werden und da gibt es natürlich auch viele Entscheidungen, zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts, die diese Konflikte zwischen Grundrechten irgendwie auflösen. Darum muss man aber noch niemandem die Religionsfreiheit grundsätzlich entziehen. So, also er wurde jetzt aber nicht gewählt, wenn ich das richtig sehe und die AfD muss jetzt jemand anders vorschlagen, glaube ich, ne? Das ist sehr knapp zusammengefasst, also der ist jetzt in drei Wahldurchgängen durchgefallen, weil die anderen Parteien gesagt haben, Herrn Glaser wollen wir nicht und was die AfD jetzt tut, muss man sehen. Also bislang ist es einfach so, dass ein Platz im Bundestagspräsidium unbesetzt ist, das ist aber kein Problem, so kann man also wirklich ohne weiteres diese Legislaturperiode durchstehen. Im letzten Deutschen Bundestag gab es ja sogar noch eine Fraktion weniger. Also das heißt also, die AfD muss gar nichts und bislang scheint es auch so zu sein, dass sie sich weigert, einen Ersatzkandidaten zu, ne, sie wollen also wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, noch einen weiteren Wahlgang durchführen und Herrn Glaser ein weiteres Mal scheitern sehen. Der Himmel weiß warum. Also ich persönlich erkläre mir das so, das haben wir ja auch schon in der Lage verschiedentlich angesprochen, dass ein ganz geschicktes Kommunikationsmuster, gerade der AfD ja ist sich ständig zum Opfer hochzustilisieren, immer so zu tun, als wenn die anderen Parteien der AfD so furchtbar unfair mitspielen würden und mit dieses Beispiel mit dem Bundestagspräsidenten oder Vizepräsidenten macht das natürlich wunderschön deutlich. Da kann man halt sagen, alle wählen jeweils die Kandidaten der anderen Parteien, da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Nur unser Mann wird wieder nicht gewählt und schon sind wir wieder Opfer und schon kann mal wieder einen Skandal daraus machen. Also anders kann ich mir nicht erklären, wieso man diesen aussichtslosen Kandidaten nicht längst ersetzt hat. Ja, ist er denn? Ich meine, müsste man ihn nicht wählen? Also kann man ihn nicht wählen? Sollte man ihn, um gerade aus dieser Opferfalle rauszukommen, zu sagen, ja mei, wir wählen ihn halt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Diskussion um diese Religionsfreiheit ein bisschen künstlich. Was er da gesagt hat, war bei einer Wahlkampfrede. Es ist juristischer Unsinn, das habe ich eben versucht darzulegen. Aber ich finde trotzdem, man kann mit Herrn Glaser ja mal versuchen, ins Gespräch zu kommen. Und er hat zum Beispiel, wenn ich es richtig weiß, an die SPD auch einen Brief geschrieben, in dem er angeboten hat, mal in die Fraktion zu kommen. Der ist dann irgendwie nicht aufgefunden worden und nicht angekommen oder im Spam gelandet. Also es gab irgendwie Verwirrung darüber, ob dieser Brief jetzt tatsächlich angekommen ist oder nicht. Jedenfalls ist es noch nicht dazu gekommen, dass Herr Glaser der SPD-Fraktion seine Position darlegen kann. Und ich finde das wirklich sehr schwer zu entscheiden. Also ich finde grundsätzlich ist es unerträglich, dass jetzt wieder Rechtsradikale im Bundestag sitzen, die jedenfalls partiell überhaupt nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und unserer freiheitlichen Werte stehen. Das ist finde ich unerträglich. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die realistische Antwort oder die vernünftige Antwort darauf jetzt sein kann, einfach mit den AfD-Leuten gar nicht zu reden. Also ich fand da die Reaktionen von Andrea Nahles als Fraktionschefin der SPD nicht überzeugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn anhört und ihm in dieser Diskussion klar macht, warum man ihn weiter nicht wählen will oder vielleicht sich auch umstimmen lässt. Mal ganz ehrlich, also wenn Herr Glaser seine Position plausibel macht, was denkst du, Philipp? Ja, ich würde das auch sagen. Also ich finde, die müssen miteinander reden. Und ich glaube, die Message ist, man ist nicht froh, dass diese Leute da im Bundestag sitzen, aber das ist nun mal eine Demokratie. Und eine Demokratie heißt, wenn Leute unzufrieden sind, dann wählen sie halt eine Partei. Die mag man jetzt nicht mögen, aber nun sind sie mal im Bundestag. Und wenn man eben durchschaut, wie diese Mechanismen funktionieren, nämlich, dass es in erster Linie darauf beruht, sich zum Opfer zu stilisieren, dass es darauf beruht, zu provozieren und diese Empörung und diese moralische Entrüstung und so alles schon mit einzupreisen und das sozusagen das Benzin ist, was diesen AfD-Motor, sagen wir mal, am Laufen hält, wo sie ständig Aufmerksamkeit generieren, wo sie sich als Opfer darstellen können, als Unterdrückte des Systems und so. Wenn man das einmal verstanden hat, dann finde ich, kann nur die Antwort sein, also erstens hat man das verstanden und zweitens, wenn einem selber an einer inhaltlichen Auseinandersetzung gelegen ist, dann kann eigentlich nur sein, man muss mit denen reden. So, ja, und man darf sich, man darf nicht alles hinnehmen, aber man darf sich halt auch nicht von jedem Kram provozieren lassen und dann irgendwie sich empören und, 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 und den Untergang des Abendlandes herbeibeschwören. Das geht halt auch nicht, weil das genau sozusagen das, das Lebenselixier dieser AfD ist. Wenn die keine Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie keine, wenn sie nicht Kristallisationspunkt von Empörung, von moralischer Empörung sind, wenn sie nicht als sozusagen sich darstellen können als, als Opfer des Systems, wo sich alle etablierten Parteien gegen sie verschworen haben, dann, 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 dann geht ihnen der Saft aus. Nicht komplett, aber zu guten Teilen, ja. Und deswegen, finde ich, muss man sagen, wir haben jetzt diesen Bundestag und wir sind uns einig, dass der, dass der letzte Bundestag, sagen wir mal, nicht besonders debattenfreudig war und die Debatten dort in der Regel nicht besonders erhellend waren. Und jetzt ist dieser Bundestag wieder ein Ort, wo eben wirklich auch große Teile, sagen wir mal, einer, einer, einer unzufriedenen und ängstlichen und teils auch panischen Bevölkerungsgruppe vertreten sind. Das können wir jetzt schlecht finden und das können wir bedauern, aber nun findet halt, diese Leute sind nun mal hier, die leben hier in Deutschland und die wählen diese Partei und jetzt finden diese Diskussionen nicht mehr in Talkshows statt oder irgendwie nur auf Demos, sondern sie finden jetzt im Parlament statt. Und das kann ich an sich erstmal nicht schlecht finden. So, und da kann ich nur alle ermuntern, sich eine Haltung, eine Strategie zurechtzulegen, sich mit diesen Inhalten zu befassen, natürlich nicht darauf einzugehen, aber, was heißt, sich die nicht einfach blind zu eigen zu machen, sondern die eigenen Positionen zu überprüfen, die Argumentation zu überprüfen, eine Haltung zu überprüfen und irgendwie eine Kommunikationsstrategie, eine Button, eine Streitstrategie zu entwickeln, wie man sich mit der AfD auseinandersetzt. So, und dann nicht inhaltlich. Inhaltlich, nicht durch Ausgrenzung, sondern inhaltlich. Ich denke, man muss einfach deutlich machen, dass die inhaltlich keine Rezepte haben, dass die inhaltlich Unsinn erzählen. Und ganz ehrlich, diese Geschichte von Herrn Glaser mit seiner Religionsfreiheit und so, das hätte man einfach öffentlich diskutieren müssen, der Mann hat ja einfach Unsinn erzählt. Der hat im Grunde aus rechtlicher Perspektive sowas gesagt wie zwei und zwei ist fünf. Ja, anstatt, dass man den jetzt durchfallen lässt, hätte man, also vielleicht ist das, das kann ja das Ergebnis eines solchen Abwägungs- und Diskussionsprozesses sein, dass man den Mann für ungeeignet hält. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, das mag dabei rauskommen. Aber was hat man denen wieder für eine Steilvorlage geliefert, sich als Opfer zu präsentieren, anstatt mit Herrn Glaser zu reden und zu sagen, du bist ein Horst, du erzählst Unsinn und deswegen wählen wir dich nicht. Ja, oder zu sagen, okay, wir nehmen das auseinander und sagen, was du da erzählst, hat kein Hand und Fuß, aber bitte, wir wählen dich. Weil so ist es halt und das tut uns jetzt auch nicht weh, bist du halt im Präsidium und so, kannst da jetzt auch nicht viel Schaden anrichten. Und kannst dich da zum Horst machen. So, kannst dich da zum Horst machen, wir haben deine Position auseinandergenommen, sie ist nicht besonders tragfähig, so, tut jetzt aber auch nicht weiter weh, bitteschön. So, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weißt du. Also weiß ich jetzt nicht, ne? Ja, ich denke jetzt mal, aber ich versuche da mal, ich glaube, man muss darauf aufpassen, dass man, man muss seine Reaktionen überprüfen, ob es nicht alte, gelebte Reflexe sind. So, weißt du, wenn die AfD was sagt, Empörung. Sondern die sprechen ja mitunter auch Themen an, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Da muss man nicht zu ihren Antworten kommen, aber es gibt ja durchaus Themen, wo man sagt, ja, darüber müssen wir tatsächlich mal reden. Ja, und da wirklich zu überprüfen, reagieren wir einfach nur mit Reflexen und nennen die alle Nazis. Damit kommen wir nicht weiter. Das ist nicht die Antwort auf dieses Problem. Und ich bin mal gespannt. Inhaltlich stellen. Ich freue mich eigentlich auf diese Debatten. Also ich bin wirklich mal gespannt und werde mir wirklich mal auch die eine oder andere Redebeitrag und Streit. Ich hoffe, dass die sich da streiten. Ich bin echt mal gespannt. Und bin mal wirklich gespannt, in was für einem Ton das passiert. Also unterm Strich finde ich es gut, dass diese Debatte jetzt, wir können uns darüber beschweren, dass wir solche Leute haben, die so viel Ängste haben und die damit quasi mit latenter und ziemlich offener Ausländerfeindlichkeit darauf reagieren. Die haben wir in diesem Land. Ja, okay, da kann man sich drüber, da kann man drüber weinen. Aber wenn wir sie nun mal haben, dann finde ich, ist es das kleinste Übel, dass wir sagen, okay, dann finden diese Debatten jetzt im Parlament statt. Ja, nee, da bin ich völlig bei dir, Philipp. Das würde ich auch so sehen. Und man muss einfach aufpassen, dass man diesen Opfermythos nicht unterstützt. Und dazu ist ja nun gerade diese Diskussion um das Bundestagspräsidium sehr angetan. Leider Gottes war ja noch der alte Bundestag seine Geschäftsordnung quasi in Erwartung eines Einzugs der AfD in den 19. Deutschen Bundestag geändert hat. Man hat nämlich die Regeln darüber geändert, wer denn quasi die erste Bundestagssitzung leitet. Irgendwer muss ja die Sitzung leiten, in der dann der neue Bundestagspräsident gewählt wird. Und bislang war das jahrzehntelang Brauch im deutschen Parlament, dass es quasi der Mensch tut, der am lebensältesten ist. Und da war aber nach den Listen für den Deutschen Bundestag, die im Sommer ja schon vorlagen, zu erwarten, dass es ein sehr, sehr, sehr konservativer, um nicht zu sagen, rechtsradikaler AfDler aus Niedersachsen werden könnte, ein Herr Gottberg, wenn ich mich richtig entsinne. Und das wollten die anderen Parteien im 18. Deutschen Bundestag auf gar keinen Fall. Also hat man eigens die Geschäftsordnung geändert. Und jetzt ist es nicht mehr der lebensälteste, sondern quasi der erfahrenste Parlamentarier, der schon am längsten dem Deutschen Bundestag angehört. Das wäre Wolfgang Schäuble gewesen. Der allerdings sollte ja für die Union zum Bundestagspräsidenten gewählt werden. Das heißt, hätte dann seine eigene Wahl leiten müssen. Das fand man irgendwie unschön. Deswegen hat Wolfgang Schäuble dann darauf verzichtet. Und statt seiner hat Hermann Otto Solms von der FDP dann die Sitzung geleitet, der auch schon seit ewigen Zeiten dabei ist. Aber diese Geschichte hat natürlich schon wieder so ein Geschmäckle, weil die AfD sich jetzt wieder hinstellen kann und das natürlich auch getan hat. Und sagt, na, anstatt, dass ihr einfach mal Herrn Gottberg die Sitzung leiten lasst, habt ihr letztlich aus symbolischen Gründen noch schnell die Geschäftsordnung geändert. Das ist halt auch irgendwie unschön. Da muss man einfach mal sagen, das ist halt total unsouverän. Ja, es ist unsouverän. Und zumal wir das ja auch nicht zum ersten Mal durchmachen. Ich meine, wir hatten diese ganzen Debatten mit den Grünen und den Linken ja auch. Den haben sie ja auch jahrelang so einen Vizepräsidentensitz im Bundestag verwehrt. Und ich würde sagen, da muss man doch jetzt mal daraus gelernt haben. Und sagen, hey, da kommt eine neue Partei. Zumindest enthalten sie ihnen den Sitz jetzt nicht mehr vor. Zumindest räumen sie ihn ein. Also sagen jetzt nicht, nee, da ist kein Platz, da gibt es keinen Sitz für die AfD. Sondern wir wollen halt den Kandidaten nicht. Gut, darüber kann man sich jetzt streiten. Aber ich hoffe, das ist, ich hoffe, sie werden sich streiten. Und ich hoffe, die demokratischen Parteien werden da einen souveränen Umgang mit finden, der auch auf diese Mechanismen der AfD nicht immer reinfällt. Aber ganz ehrlich, Philipp, ich muss da doch nochmal einhaken. Also diese historischen Beispiele, die du gerade gebracht hast, die sind richtig als Negativbeispiele für Unsouveränität. Da ging es nämlich darum, dass den Grünen und dann in den 90ern den Linken, also den Grünen wurde überhaupt ganz ein Posten im Bundestagspräsidium verweigert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und bei den Linken war es so. Die waren ja Anfang der 80er oder 83, glaube ich. 83 sind sie rein und 91 haben sie da den ersten Vizepräsidenten bekommen. Überleg mal, wie lächerlich ist denn das eigentlich, weil man irgendwie Angst hatte, dass oben im Bonner Wasserwerk auf der Präsidiumsbank jemand mit Strickpulli sitzt. Ja, deswegen hat man allen Ernstes gedacht, man kann den Grünen so einen Sitz da vorenthalten. Ich finde das eine unglaublich schwache Leistung. Und bei den Linken war es in den 90ern so, dass man denen zwar nicht den Sitz als solchen vorenthalten hat, wenn ich mich richtig entsinne, sondern da war es so, dass man einzelne Kandidaten hat durchfallen lassen wegen angeblicher Stasi-Nähe oder so. Aber diese Negativbeispiele, Philipp, bringst du ja völlig zurecht. Aber ich würde jetzt gerade daraus nicht ableiten, dass es jetzt gut ist, dass die AfD jetzt so einen Sitz bekommt. Denn ganz ehrlich, da gibt es eben einen Riesenunterschied. Die Grünen und die Linken stehen eben auf dem Boden des Grundgesetzes und die AfD ist eine im Kern verfassungsfeindliche Partei. Jedenfalls vielleicht nicht jeder einzelne Abgeordnete in jedem Satz, den er so äußert. Aber es gibt da massive Tendenzen, die sich einfach mit unserem Grundgesetz nicht vereinbaren lassen. Also dieser O-Ton von Herrn Glaser zum Beispiel ist weit außerhalb des rechtlich Zulässigen und da gibt es noch eine ganze Menge anderer. Insofern würde ich davor warnen zu sagen, dass die AfD ist jetzt einfach mal nur irgendeine neue Partei. Das ist was kategorial völlig anderes, dass jetzt eben eine solche extremistische Partei im Bundestag sitzt. Das ist schon wirklich eine Bedrohung für die Demokratie. Und da glaube ich, muss man einfach auch sprachlich sehr vorsichtig sein, dass man da jetzt eben nicht solche Parallelen mit Linken und Grünen zieht, die eben normale Parteien sind, anders als die AfD. Ja, da mag was dran sein. Also könnt ihr auch mal in den Kommentaren abwerfen, wie ihr das seht. Würde mich mal interessieren. Wir haben eine etwas dramatische Zuspitzung zu beobachten in Katalonien. Da haben wir ja auch schon vor ein paar Lagen mal mit Max Steinbeiß drüber gesprochen, als der da in Barcelona weilte zu diesem sehr umstrittenen Referendum über die Unabhängigkeit von Katalonien, von Spanien. Und mittlerweile, ja, haben sich eigentlich die bösesten Befürchtungen bewahrheitet. Es hat jetzt also am Freitag, glaube ich, war es das katalonische Regionalparlament für eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien gestimmt, ohne zu sagen, das gilt ab sofort oder in drei Wochen, sondern das wurde so gesagt, das machen wir jetzt, aber ist so ein bisschen unklar wann. Daraufhin hat dann der spanische Senat der spanischen Zentralregierung das Mandat gegeben, da entsprechende Maßnahmen einzuleiten, indem dieser Verfassungsparagraf 155 aktiviert wurde, der im Wesentlichen sagt, also wenn da sich eine Region nicht an die Verfassung hält, dann ist die Regierung dazu bemächtigt, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Das hat die Regierung unter Racheu dann auch umgehend getan, nämlich indem sie die Regionalregierung A, abgesetzt hat, B, das Parlament, das Regionalparlament in Barcelona aufgelöst hat und C, für den 21. Dezember Neuwahlen anberaumt hat. Und jetzt hat also die, haben halt die zentralen Ministerien in Madrid, wichtige Ministerien, regionalen Ministerien und Verwaltungen in Barcelona, in Katalonien übernommen. Und der, sagen wir mal, der Regionalfürst, Herr Puigdemont heißt der, glaube ich, so spricht man das richtig aus. Puigdemont, ja. Puigdemont. Ich denke Puigdemont. Puigdemont scheint sich seinem Schicksal zu fügen, hat aber die Katalon zum demokratischen Widerstand aufgerufen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht es da jetzt weiter? Also das Parlament, das Regionalparlament hat einen Beschluss gefasst. Wir wollen, wir sind unabhängig von Spanien. Jetzt ist das Parlament aufgelöst und die Regierung entlassen und entmachtet, aber dieser Beschluss steht ja da. Und die Frage ist, was nu? Ja. Und das ist, glaube ich, offen, oder? Ist das, kann man das anschließen? Ich denke, es ist offen. Es ist zum Beispiel auch offen, ob jetzt überhaupt die regionale Polizei aus Katalonien, die ja auch unter die Befehlsgewalt der spanischen Zentralregierung gestellt worden ist, ob die überhaupt mitspielt. Ob die jetzt tatsächlich sich dem Befehl Madrids unterordnet oder ob die weiter nur auf Herrn Puigdemont und seinem Kabinett hört, das ja offiziell jetzt abgesetzt ist. Also wir haben es da mit einer sehr chaotischen Lage zu tun in Katalonien. Was man schon, denke ich, sagen kann, ist, dass das katalonische Regionalparlament nach der spanischen Verfassung gar nicht die Möglichkeit hatte, sich herauszulösen aus dem spanischen Staatsverbund, einfach weil das die spanische Verfassung nicht vorsieht. Das heißt also, wenn man die spanische Verfassung zum Maßstab nimmt, dann geht da so einiges nicht von dem, was die Katalonien beschlossen haben. Das galt ja genauso schon für das Referendum vor einigen Wochen. Da hat das spanische Verfassungsgericht ja auch erklärt, dass das unzulässig sei, weil das Unabhängigkeitsreferendum, weil das eben auf eine quasi unmögliche Handlung gerichtet war, nach der spanischen Verfassung, nämlich auf eine Ablösung vom Zentralstaat. Die Frage ist aber, warum misst man das eigentlich immer so an der spanischen Verfassung, muss ich ganz ehrlich sagen. Daran habe ich mich, oder da wundere ich mich so ein bisschen, denn man unterscheidet da eigentlich in der Staatsrechtswissenschaft immer zwischen der Staatsgewalt, die konstituiert ist, die quasi schon verfasst ist, die sich also quasi auf der Grundlage einer Verfassung vollzieht. Das ist zum Beispiel eben in Deutschland die Bundesregierung, das sind auf Landesebene die Landesregierungen, die Landesparlamente. Das ist halt die Staatsgewalt, die auf Grundlage der Landesverfassung und auf Grundlage des Grundgesetzes ausgeübt wird. Man nennt das auf schlau auf Französisch pouvoir constituer, also die Gewalt, die schon konstituiert ist, weil sie sich auf der Grundlage einer Verfassung vollzieht. In Spanien wäre das dann die spanische Zentralregierung, aber auch die Regionalregierung. Genau, weil die ja alle zurückgehen, anders als bei uns, auf eine gemeinsame Verfassung geben, die die spanische, genau, das ist quasi der Pouvoir constitué in Spanien, aber dieser verfasste Gewalt, dieser Pouvoir constitué, der fällt ja quasi nicht vom Himmel. Der Gegenbegriff dazu ist der sogenannte Pouvoir constituant, das ist quasi das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dass sie sich selber eine verfassungsmäßige Ordnung geben können. Und normalerweise passiert das so im politischen Leben, dass eine bestimmte Verfassung geschrieben wird von irgendwem und dann mittels eines Volksentscheids in Kraft gesetzt wird. Also zum Beispiel ist es so gelaufen, in Frankreich die Verfassung der Fünften Republik ist, ich meine es war 1958 maßgeblich auf Betreiben von Charles de Gaulle auch durch eine Volksabstimmung quasi in Kraft gesetzt worden. Das heißt also, diese Volksabstimmungen verziehen sich dann eben gerade nicht in den klassischen Bahnen der Verfassung, die schon da ist, sondern da wird dann quasi dieser Pouvoir constituant, dieser sich eine Verfassung gebende, diese Gewalt, sich eine Verfassung zu geben, direkt adressiert. Und die liegt eben immer beim Volk. Und da kann man sich jetzt ja schon fragen, ob denn nicht, wenn dieses katalonische Parlament nicht die Möglichkeit hat, sich herauszulösen, könnte dann nicht das katalanische Volk selber diesen Pouvoir constituant wieder aktivieren und sagen, wir geben uns jetzt einfach eine neue Verfassung. Denn ich kann noch nicht erkennen, dass die spanische Verfassung, die ja wie gesagt eine verfasste Staatsgewalt ist, dass die diesen Rückgriff auf den Pouvoir constituant so direkt blockieren würde. Aber ich muss gestehen, ich bin zu wenig Völkerrechtler, um das letztlich entscheiden zu können. Da würde mich auch interessieren, ob vielleicht jemand von den Hörerinnen und Hörern dazu noch eine Meinung hat, ich habe das Max so ein bisschen gefragt, als wir ihn vor ein paar Wochen im Interview hatten, aber da ist er auch nicht so richtig drauf eingegangen. Würde mich sehr interessieren, vielleicht könnte ja der ein oder andere mal in diese Richtung denken. Auf jeden Fall denke ich, also immer nur mit der spanischen Verfassung zu argumentieren, wie das zum Beispiel auch in den deutschen Medien eigentlich Standard ist. Alle sagen immer nur, die spanische Verfassung sieht das nicht vor, deswegen ist es illegal. Das mag ja richtig sein, aber die Frage ist doch, es greift zu kurz. Es gibt da halt noch diese andere Option, dass man sagt, ja, aber da ist ein anderes Volk und es muss auch in der Lage sein, obwohl es eine konstituierte Verfassung ja gibt, zu sagen, ja, wir hätten aber gerne eine neue oder eine andere oder so. Und das reibt sich natürlich hier. Das stimmt, das ist interessant, aber die Frage ist natürlich jetzt ganz pragmatisch, wie geht das da weiter? Und der Konflikt, der scheint ja sich nicht zu entschärfen unbedingt. Also jetzt gut, jetzt war erst die Rede davon, dass Pujemont als der Rebellion angeklagt werden sollte von der spanischen Staatsanwaltschaft. Staatsanwaltschaft, das hätte so, glaube ich, bis maximal 30 Jahre Gefängnis bedeuten können. Jetzt soll er nur angeklagt werden wegen Amtsmaß, Amtsanmaßung oder es ist zumindest ein Verfahren eingeleitet worden, was natürlich schon ein bisschen milder ist und so ein bisschen, ja, kreidiger, möchte ich mal sagen, daherkommt. Aber die Frage ist schon, also wenn, also Gott bewahre, dass da irgendwann jemand zu Waffen greift, ja, und sagt, hey, wir sind unabhängig in Katalonien, Madrid, fuck off, ja, und wir errichten hier Barrikaden und so, ja. Also es stellen sich schon einfach auch ganz praktische Fragen, denn also wenn diese Sezession Kataloniens tatsächlich rechtlich in irgendeiner Art und Weise wirksam wäre, dann wäre Katalonien ja zum Beispiel auch nicht mehr Teil der Europäischen Union, dann könnte man sich zum Beispiel die Frage stellen, ob überhaupt noch der freie Warenverkehr gilt, ob überhaupt noch die Personen-, Waren- und Dienstleistungsfreiheit gilt, ja, zwischen dem Rest Spaniens und Katalonien zum Beispiel. Also ich persönlich finde, dass das letztlich von beiden Seiten, also sowohl von der spanischen Zentralregierung als auch von der katalonischen Regierung und vom katalonischen Parlament einfach extrem unsouverän gemanagt wird, dieses ganze, dieser ganze Prozess, na okay, also revolutionäre Entwicklungen verlaufen häufig nicht nach irgendeinem Drehbuch, das ist sicherlich richtig, aber ganz so ist es ja nicht, es ist jetzt ja nicht ein Volksaufstand, der jetzt hier mit einem Mal die Zentralregierung in Madrid hinwegfegt, sondern es sind ja letztlich noch politische Akteure da am Werk, die sich ja auch teilweise einige Tage Zeit lassen für ihre Aktionen und insofern wundere ich mich doch über diese Planlosigkeit, insbesondere in Katalonien und also da scheint mir überhaupt keine klare Agenda mehr zugrunde zu liegen, das hat man ja schon vor einigen Wochen gesehen mit dieser mit Spannung erwarteten Rede von Puigdemont, wo dann aber dann doch eben nicht die Ablösung von Spanien verkündet hat, jetzt einige Wochen später gibt es eine Parlamentsabstimmung, damit einmal wird die Unabhängigkeit erklärt, also das scheint mir alles einigermaßen chaotisch zu sein, nicht sehr professionell, auf der anderen Seite wäre meine Kritik an der Zentralregierung in Spanien, dass sie halt einfach letztlich bislang es verweigert hat, wirklich zuzugehen und den Katalonen mal zuzuhören und sich zu fragen, was kann man denn denen jetzt möglicherweise Gutes tun, die haben ja wohl schon eine sehr weitgehende Autonomie, hat Max ja nochmal schön geschildert, vor ein paar Wochen in der Lage, aber trotzdem, die Madrididen scheinen mir dann doch mit allzu harter Hand zu regieren und sich ihrer Macht zu sicher zu sein, das ist halt einfach dumm und unklug, da müsste man irgendwie Zeichen der Entspannung senden. Und insofern, was du eben gerade zitiert hast, Philipp, das Strafverfahren gegen Puigdemont, das jetzt eben nur wegen eines vergleichsweise weniger gravierenden Delikts geführt wird, das könnte man ganz vorsichtig, ganz vorsichtig als ein erstes Zeichen des guten Willens vielleicht aus Madrid deuten. Schauen wir mal, also jedenfalls lohnt es sich da ein Auge drauf zu halten, ich hätte auch erwartet, dass die Zentralregierung auf so Regionen, die viel Geld verdienen und das Gefühl haben, zu viel in die Zentrale abzuführen und einfach mehr Autonomie fordern, dass man mit denen zumindest mal ernsthaft redet, ob da nicht mehr Autonomie möglich ist, sondern dass sie stattdessen eben auf diese Totaleskalationskurs setzen. Und ich glaube auch nicht, selbst wenn jetzt Neuwahlen da sind und so, ich glaube, wenn das irgendwie vernünftig über die Bühne gehen sollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht bleibende Wunden hinterlassen hat und bei vielen eben zu einer größeren Entfremdung noch geführt hat, auch wenn das jetzt auf der Oberfläche erstmal gelöst sein sollte. Oder irgendwann mal gelöst sein sollte, noch ist es ja nicht gelöst. Wir haben die erfreuliche Nachricht, dass Herr Steudner zurückgekehrt ist aus der Türkei. Das war, ist ein Mann, der, ja, man tituliert ihn immer so als Menschenrechtler, der hat da Kurse gegeben, so und wurde dann in U-Haft genommen, unter dem Vorwurf quasi den Terrorismus in der Türkei zu unterstützen. Und er saß jetzt, glaube ich, irgendwie gut 100 Tage in U-Haft und wurde jetzt relativ überraschend, glaube ich, für viele aus der U-Haft entlassen. Der Prozess geht weiter, er ist jetzt nicht eingestellt worden, aber er ist aus der U-Haft entlassen worden und ihm wurde erlaubt, nach Deutschland zurückzufliegen, wo er dann letzte Woche eben in Berlin eben angekommen ist. Und das Ganze soll zurückgehen auf eine Geheimmission vom Ex-Bundeskanzler Schröder, der als offizieller deutscher Emissär auf, sagen wir mal, auf Betreiben von Außenminister Gabriel und mit dem Plazett von Bundeskanzlerin Merkel eben in die Türkei gefahren ist, weil er, wundert irgendwie nicht, mit Erdogan buddy-buddy ist, so wie er mit vielen anderen Potentaten und Herrn Putin auch buddy-buddy ist und die beiden haben dann wohl mal zwei Stunden zusammengesessen. Und das muss so um die Bundestagswahl, glaube ich, rum gewesen sein und nun wird Herr Steutner also freigelassen. Die Türkei bestreitet, dass diese Freilassung irgendwas mit dem Treffen Schröder-Erdogan zu tun hat, weil die türkische Justiz ja unabhängig ist, wie wir wissen. Aber irgendwie glauben das die wenigsten hierzulande. Also vielleicht nochmal zu diesem kleinen Punkt, um den so ein bisschen abzuschichten. Ich glaube auch nicht mal unbedingt, dass da jetzt den Richterinnen und Richtern unmittelbar Vorgaben gemacht werden. Das Problem ist nur, dass die türkische Justiz ja komplett gleichgeschaltet worden ist, weil nämlich Richterinnen und Richter, von denen man wusste, dass sie anders ticken als Herr Erdogan, schlicht und ergreifend aus dem Dienst entfernt worden sind. Das heißt also, die Leute, die da jetzt noch sitzen und Richterinnen oder Richter sind, denen muss man gar nicht mehr groß erzählen, wie sie entscheiden sollen, weil sie sowieso auf Linie sind. Ja, dann kann man natürlich auch immer schön von einer unabhängigen Justiz reden, wenn man also längst quasi sie völlig gereinigt hat von jeder oppositionellen Tendenz. So, jetzt kann man natürlich sagen, also einerseits ist es natürlich schön, dass Herr Steudner wieder da ist und dieses offensichtlich etwas an den Herrn herbeigezogene Verfahren, sagen wir mal, seinem Ende entgegen zu dämmern scheint. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass eben weitere Journalisten und auch deutsche Staatsbürger de facto in Geiselhaft sitzen. Nämlich... So deutlich, muss man das sagen. Muss man das sagen. Nämlich Dennis Jügel seit jetzt fast 200, gut, fast 260 Tagen, ohne dass irgendwie, glaube ich, Anklage erhoben wurde, ne? Ich weiß von keiner Anklage an Dennis Jügel, ne. Und der sitzt da also Ende offen und es scheint so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die jetzt da ist, weil der natürlich so prominent ist und es haben sich natürlich so viele Leute für ihn eingesetzt und auch in Deutschland und so, dass der ein bisschen zu so einer Symbolfigur für Erdogan werden könnte, mit dessen Freilassung, sagen wir mal, der größte Gesichtsverlust verbunden wäre. Während ja zum Beispiel noch andere da sitzen, also diese Übersetzerin, Frau Tolu, die sitzt jetzt auch seit über 180 Tagen in Haft, weil sie was genau gemacht hat. Sie hat, glaube ich, Zeitungen oder sowas verteilt. Es sind immer irgendwelche fadenscheinigen Terrorvorwürfe. Es sind immer recht fadenscheinige Terrorvorwürfe. Die sitzt auch in U-Haft. Ist das die Frau mit ihrem Kind, mit ihrem Kleinkind, die mit ihrem zweijährigen Sohn im Gefängnis sitzt? Ich meine, die ist das, ja. So, also schon echt bedenklich. Die steht jetzt nicht ganz so im Fokus wie Dennis Yudgel. Und wenn die jetzt auf ähnliche Weise entlassen werden würde, dann wäre das vielleicht nicht mit so großem Gesichtsverlust für Erdogan verbunden wie in diesem Fall. Aber da gibt es halt noch, ich glaube, zehn Deutsche mindestens, die da in U-Haft sitzen unter diesen fadenscheinigen Vorwürfen. Und ja, da deutet sich keine Entspannung an. Alles andere als das, muss man leider sagen, ja. Ja, also ich glaube, wer jetzt sagt, ja, Herr Steutner ist wieder da, super. Aber umdenken in Ankara ist auch dem falschen Boot. Ja, glaube ich. Ja. Ja, ich fürchte, dass es wäre verfrüht. Also man, ja, man kann es natürlich letztlich so sehr schlecht einschätzen, nicht? Weil natürlich letzten Endes eine solche Diktatur, wie wir sie in der Türkei jetzt, sagen wir mal, jedenfalls im Entstehen sehen, nicht immer rational funktioniert. Also gerade, wenn an der Spitze ein offensichtlich so egomanischer Mensch wie Herr Erdogan steht, nicht? Da kann man letztlich einfach nicht so richtig vorhersehen, was da passiert. Vielleicht ist es doch einfach so, dass diese zehn Leute, die da jetzt freigelassen worden sind, aus Sicht von Herrn Erdogan doch gar nicht so wahnsinnig wichtig waren. Sodass man einfach gesagt hat, okay, lösen wir dieses diplomatische Problem. Das weiß man letztlich einfach nicht, was da eine Rolle spielte. Hast du gesagt, zehn Leute wären freigelassen worden? Ich meine, es sind zehn Leute insgesamt, ja. Die jetzt mit Steudner quasi freigelassen wurden? Ja, ja, es war immer in sozialen Medien von den Istanbul-Zen die Rede, ja, ja. Ah, okay, gut. Dann war das sozusagen Steudner der Prominenteste, aber es sind auch noch mehr aus Urhaft entlassen worden. Ja, also wie gesagt, da kann man jetzt nicht davon reden, dass in der Türkei ein Umdenken zu beobachten wäre. Eher wirft es ein noch bedenklicheres Licht auf die Justiz. Wir sollten auch mal ganz kurz noch über MeToo reden. Da gab es auch ein paar Anmerkungen von euch in den Kommentaren. Und das passt auch zu einem Feedback-Thema, was wir noch gleich besprechen werden. MeToo ist, also dieser Hashtag, werden viele mitbekommen haben, der entstanden ist, glaube ich, der zurückgeht auf die US-Schauspielerin Alyssa Milano, die quasi nach Bekanntwerden des Skandals um Herrn Weinstein aufrief, unter dem Hashtag MeToo eben sich zu bekennen und zu berichten über sexuelle Übergriffe, die man oder in dem Fall Frau in der Regel selber erlebt hat. Und da ist ja eine Wahnsinnswelle losgetreten worden. Da haben sich unglaublich viele, auch deutsche Frauen gemeldet mit sehr detaillierten Schilderungen von sexuellen Übergriffen. Und deswegen sollten wir das hier nochmal erwähnen, Ulf. Ja, in der Tat. Ich finde es auch deswegen so interessant, weil ja der Weinstein-Skandal in den USA extrem breite oder extrem hohe Wellen geschlagen hat. Wobei man dazu auch sagen muss, dass das, denke ich, eine Person ist, die, jedenfalls wenn man diese Vorwürfe mal für bare Münze nimmt, auch wirklich ganz extrem über die Stränge geschlagen ist. Da kommen im Grunde alle erschwerenden Faktoren auf dem Feld der sexuellen Missbrauchs zusammen. Also zum einen ist Herr Weinstein eben jedenfalls gewesen, er verliert jetzt ja auch viele Funktionen, ein extrem einflussreicher Mensch gewesen in der amerikanischen Filmindustrie. Das heißt also, Frauen, die ihm begegnet sind, wussten, dass er über ihr Wohl und Wehe letztlich zu entscheiden hat. Jedenfalls, was ihre Karriere im Filmbusiness anging. Das ist also ein ganz extremes Machtgefälle, was da viele Frauen auch davon abgehalten haben wird, entweder ihm Nein zu sagen, ihm zu widerstehen oder jedenfalls hinterher darüber zu reden. Das ist das eine, dieses extreme Machtgefälle, das ausgenutzt worden ist. Und dann, jedenfalls wenn diese Berichte stimmen, dürfte es hier auch reihenweise zu Straftaten gekommen sein. Also die Berichte schildern Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und so. Das sind also wirklich sehr gravierende Übergriffe, zu denen es da gekommen sein soll. Wie gesagt, muss man immer dazu sagen. Bewiesen ist das ja alles noch nicht. Aber er hat zumindest, was heißt das denn, wenn er den vielen Frauen Millionen oder sehr viel Geld gezahlt hat, damit sie da nicht drüber reden. Ist das schon ein Schuldeingeständnis? Kann man so erstmal nicht so werten. Kann man nicht so richtig so sagen. Also im juristischen Sinne ist es sicherlich keins. Denn man kann ja auch einfach Geld dafür bezahlen, dass jemand Vorwürfe nicht mehr erhebt und sich zum Beispiel vorbehalten, aber zu bestreiten, dass es die Vorwürfe überhaupt gab. Man kann ja einfach Geld dafür bezahlen, dass über Vorwürfe gerade nicht öffentlich geredet werden soll. Und das könnte durchaus Herrn Weinstein motiviert haben. Denn er ist ja eben ein Mensch, der in der Öffentlichkeit stand. Also der Fall ist schon besonders krass. Und insofern denke ich, hat er sich auch sehr gut geeignet für diese MeToo-Kampagne. Einfach weil er schon schockierend ist, finde ich, auch gerade in seinem Ausmaßen. Gerade auch, was das Verschweigen dieser doch jedenfalls im näheren Umfeld wohl sehr weit bekannten Übergriffe angeht. Also viele Kolleginnen und Kollegen von Weinstein aus dem Unternehmen haben eben nichts gesagt. Wie gesagt, den Opfern will man ja gar keinen Vorwurf machen. Aber quasi Dritte, die das gewusst haben oder jedenfalls geahnt haben, haben auch nichts gesagt. Das heißt also, neben dem eigentlichen Täter, Herrn Weinstein, gibt es da ein breites Netz von Menschen, die sich letztlich mitschuldig gemacht haben. Jedenfalls in einem moralischen Sinne. Rechtlich kann ich das in den USA nicht einschätzen. Aber jedenfalls moralisch mitschuldig gemacht haben, indem sie geschwiegen haben. Und insofern, glaube ich, ist diese MeToo-Kampagne auch letztlich natürlich einmal ein Hinweis darauf, dass sexueller Missbrauch immer wieder vorkommt. Und das Ausmaß dringend bekannter werden muss. Aber es geht zum Zweiten eben auch darum, dass an Mitwisser, glaube ich, appelliert werden soll oder auch an Mitwisserinnen, einfach nicht mehr zu schweigen, nicht mehr wegzuschauen und solche Übergriffe dann tatsächlich auch zur Sprache zu bringen und gegebenenfalls zur Anzeige zu springen. Ja, also Sensibilisierung tut da auf jeden Fall Not. Auch in Deutschland, denke ich, kann das nicht schaden. Auf der, ja. Ja, sag mal. Nee, sag mal, Philipp, du wolltest gerade sagen, Sensibilisierung tut Not? Ja, ja, ich, also, das klingt so ein bisschen banal. Also ich meine, das kann man ja nicht damit, dabei kann man es ja nicht belassen. Irgendwie, man kann ja nicht sagen, da äußern sich jetzt tausende von Frauen mit sehr detaillierten Schilderungen, wie sie sexuell belästigt werden. Und dann kann man ja nicht sagen, ja gut, da müssen wir, Sensibilisierung tut Not. Ich frage mich, wie man, was man damit macht, wie man damit umgehen kann, wie die Reaktion darauf sein kann. Wie meinst du, die Reaktion darauf sein kann? Naja, also was lernen wir daraus? Ich meine, was ist sozusagen, diese Frauen twittern das? It's not okay. It's not okay. It's not okay. Das ist, glaube ich, die Lehre, die man daraus ziehen darf. Es gibt eben, das ist im Grunde ja, wenn auch jetzt aus den Vereinigten Staaten, eine Neuauflage auch der Diskussion, die wir in Deutschland vor einigen Monaten wieder hatten, über Nein heißt Nein. Nein, es geht einfach darum, dass sexuelle Handlungen grundsätzlich nur dann in Ordnung sind, wenn es einen Konsens gibt. Ja, wenn beide Seiten das tatsächlich wollen und selbstverständlich muss der eine Teil akzeptieren, wenn der andere Teil Nein sagt. Und zwar einfach so und egal, was vorher passiert ist. Ich glaube, das ist letztlich das, was man daraus lernen kann. Ja, und noch, also auch noch, also sagen wir mal, noch mehr nachdenken sollte jeder, wenn es ein Machtgefälle gibt, glaube ich. Ja, also das macht das Ganze nochmal extra schwierig. Ja, also sobald es ein Machtgefälle gibt, sei es jetzt im Job oder wo auch immer und wenn man jemanden attraktiv findet oder so und sei es auch noch so nett und ehrlich gemeint, ja, sollte man, glaube ich, schon darüber nachdenken, ob man dem Ausdruck gibt, wenn es so ein Machtgefälle gibt. Oder kann man das vielleicht sagen? Na, was heißt also, ich finde das jetzt, ich finde ein Machtgefälle kein totales No-Go. Aber die Frage ist halt einfach, ist das jetzt wirklich freiwillig? Oder macht da jemand nur mit, weil er glaubt, er muss oder er hat keine Alternative? Aber wie weit geht das? Also sind das so Sprüche? Ich meine, viele, viele, viele füllen sich ja auch schon so von so Sprüchen, weißt du, so der Klassiker-Konferenz und Frau kommt rein und Chef sagt, Mensch, Frau Mayer, dieser Rock, der bringt ja hier nochmal eine ganz andere Ästhetik rein oder so. Ja, also ich weiß nicht, ich finde solche Fälle ganz, ganz schwierig, insbesondere, wenn sie jetzt im selben Kontext diskutiert werden, wie sexueller Missbrauch, wie jetzt eben im Fall Weinstein der Fall war. Also wir hatten da ja jetzt ja gerade in Deutschland auch wieder eine Debatte von Frau Schäbli, die Staatssekretärin in Berlin ist und wir haben das hier im Pet stehen unter der Überschrift, die Kirche auch im Dorf lassen. Denn, also wie gesagt, so schlimm sexuelle Übergriffe sind und so sehr ich persönlich auch mich also da mit dieser MeToo-Kampagne quasi solidarisieren würde oder sagen würde, ich finde es gut, dass die für Sensibilität sorgt oder hoffentlich für mehr Sensibilität sorgt, so sehr habe ich mich irgendwie so ein bisschen gewundert über diese Diskussion über den Fall Schäbli, da, wie gesagt, das ist eine Berliner Staatssekretärin, die auf Facebook einen etwas empörten Beitrag veröffentlicht hat. Empört muss man ihn wohl nennen, wo sie, da ging es um eine Veranstaltung in Berlin, wo sie als Staatssekretärin auftreten sollte und der Gastgeber dort hat sich leider sehr ungeschickt angestellt, muss man ehrlich sagen, er hat nämlich sie schlicht und ergreifend nicht erkannt. Ja, der Einladende hat nämlich dann gesagt, die Staatssekretärin ist noch nicht da, ich würde sagen, wir fangen mit dem Reden dennoch an. Tatsache war aber, dass diese Frau Schäbli in der ersten Reihe saß und sie hat dann geantwortet, die Staatssekretärin ist da und sitzt vor ihnen. Ja, und der Einladende, dieser Vorsitzende soll dann geantwortet haben, ich habe keine so junge Frau erwartet und dann sind sie auch noch so schön. Okay, ist so ein bisschen Altherrenhumor, ist so ein bisschen peinlich und wenn man will, kann man auch sagen, ist vielleicht so ein bisschen notgeil irgendwie, also es ist ganz sicher keine kluge Formulierung, bin ich sofort dabei. Aber, ob das jetzt tatsächlich Sexismus ist, ob das jetzt tatsächlich zur Skandalisierung taugt, ich weiß es nicht. Also, ich finde, also, Safsan Schäbli hat dann auf ihrem Facebook-Profil geäußert, das ist ja zum Beispiel bei der Welt verlinkt, das passt dann, packen wir mal in die Shownotes, Überschrift unter Schock Sexismus und dann schildert sie diesen Vorfall. Wie gesagt, ich will den Vorsitzenden jetzt überhaupt nicht in Schutz nehmen, ich finde diese Äußerung total bescheuert und er hätte ja einfach irgendwie charmanter reagieren können und souveräner, aber, dass es jetzt ein Problem ist, ihr zu sagen, dass sie eine junge Frau ist und schön ist, ich weiß es nicht. Also, das würde mich einfach interessieren, warum das ein Problem ist. Er hat ja nicht ihre inhaltliche Kompetenz damit abgewertet, er hat einfach seine eigene Dämlichkeit mit einem noch dämlicheren Kommentar überspielt, aber ist das jetzt tatsächlich Sexismus? Wird Frau Schäbli da zurückgesetzt? Ich weiß es nicht, Philipp, ich will es gar nicht endgültig entscheiden, ich habe mich nur ein kleines bisschen über die Diskussion gewundert und ich weiß nicht, wie schätzt du das ein? Ja, ich würde es auch sagen, es ist dämlich und ich frage mich, ob es da nicht mit einer, mit einer, mit einer, wie sagt man, eloquenten Zurechtweisung oder, weißt du, einem Kommentar von dir eine Entgegnung getan wäre. Den guten Mann so ehrlich dissen, das hat er verdient gehabt, ja, oder meinetwegen auch charmant, oder vielleicht nicht dissen, sondern irgendwie charmant nochmal zurückschießen, ja, aber er wollte ihr doch nichts Böses, ja. Er hat sich halt bescheuert verhalten und ich finde auch nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise ihre Kompetenz in Zweifel gezogen hat, das ist ja die entscheidende Frage, häufig sind ja so Bemerkungen, so wie du das eben mit dem Rock sagtest, ne, so, da klingen sie so ein bisschen so, als wenn die Frau eben nur den kurzen Rock beizusteuern hätte und nichts Inhaltliches, ne. Das ist eine ganz andere Frage, also wenn die Kompetenz in Zweifel gezogen wird, würde ich auch sofort sagen, totales No-Go, ja, oder wenn man das auch nur so lesen kann. Also, mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein aus einer Berliner Schule, die ich kenne, wo Kinder, also wo die Jungs zum Werken geschickt wurden und die Mädchen zum Handarbeiten. Die Klasse wurde aufgeteilt, so, es gibt eine Stunde und, aber es passt jetzt nicht so rein, es ist nicht dasselbe. Ja, doch, das ist super, Philipp, dass du das zitierst. Ist das nicht auch so? Ich finde das super, dass du das zitierst, das Beispiel, ja. Weil, da ist eine Klasse, da ist eine Klasse und die haben halt Stunde irgendwie, weiß ich nicht, das irgendwie hat irgendeinen komischen Namen, dieses Fach und dann gehen die Jungs, gehen zum Werken und die Mädchen werden zum Handarbeiten geschickt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann nochmal getauscht wird, ich weiß nicht, ob Jungs die Möglichkeit hatten zu sagen, Werken habe ich keinen Bock drauf, ich will hier nähen und die Mädchen die Möglichkeit gehabt hätten, nähen finde ich scheiße, ich will lieber werken. Das weiß ich nicht, ich weiß nur, dass sie per Default erstmal so aufgeteilt wurden und das finde ich schon merkwürdig. Das ist merkwürdig. Und den Jungs irgendwie signalisieren, Handarbeit ist nur für Mädels, den Mädels signalisieren, Werken ist nur für Jungs, ja und wer das will, der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig und fällt aus der Reihe. Deswegen sage ich ja, deswegen ist das Beispiel ja so gut, dass du da bringst, Philipp, weil das nämlich deutlich macht, wo das Problem ist. Sexismus ist eben, wenn man auf diesen Rollenstereotypen rumreitet, da würde ich sofort sagen, geht ja gar nicht. Aber das, da müsste man dann ja sagen, das Rollenstereotyp ist, Staatssekretäre sind alt und hässlich, ja und eben dem guten Mann zu unterstellen, dass er das sagen wollte, geht glaube ich so ein bisschen zu weit. Aber wie gesagt, die Diskussion ist damit ja auch nicht vorbei und unser Anspruch bei der Lage ist ja auch nicht, dass wir quasi die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, sondern unser Anspruch ist, dass wir ein gutes Gespräch führen wollen über Fragen der Alltagspolitik. Und insofern auch da freue ich mich über eure Meinung in den Kommentaren. Also ich bin wirklich gespannt, was ihr denkt. Findet ihr den Fall mit Sarsan Schäbli so dramatisch? Also ich persönlich habe da eine ganz andere Gefahr gesehen, das ist ja eben gerade in der Woche aufgepoppt, wo eben MeToo auch aktuell war und ich fand, dass diese Selbstinszenierung von Frau Schäbli als Opfer im Grunde jedenfalls dazu führen konnte. Ich weiß nicht, ob sie das in diesem Kontext selbst gestellt hat, aber jedenfalls war das eben in derselben Zeit, dass es im Grunde dazu führen kann, die sexuellen Übergriffe von Herrn Weinstein so ein bisschen zu banalisieren. Wenn also schon Sexismus ist, was Frau Schäbli da erfährt, da muss man ganz ehrlich sagen, dann lenkt das doch davon ab, dass es eben richtige sexuelle Übergriffe gibt, die möglicherweise auch strafbar sind und die wirklich schweres Unrecht sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da sollte man zumindest die Diskussion trennen und das vielleicht nicht in derselben Woche so hochkochen, weiß ich nicht. Okay. Stichwort Feedback. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen und ein bisschen erläutert, was hier bei der Umfrage rauskam, die wir gemacht haben, wo 2000 Leute von euch mitgemacht haben. Und ein Ergebnis war, dass in dieser Umfrage, die nicht repräsentativ ist, muss man ganz klar sagen, aber nur 16 Prozent der Teilnehmenden gesagt haben, ich bin eine Frau. Und ein Prozent eben sich keinem eindeutigen Geschlecht zuordnen wollten. Da kam auch ein Tweet, der monierte, dass wir uns darüber lustig gemacht hätten, dass es Menschen gibt, die sich weder als Frau noch als Mann bezeichnen. Das stimmt. Auch das ist wieder so ein Sensibilisierungshinweis. Auch da gab es ein, zwei Prozent, aber die große überwiegende Menge, über 80 Prozent, waren eben Männer. Und da schreibt Dina in den Kommentaren, der Fakt, dass euch nur 16 Prozent Frauen hören, lasst ihr völlig unkommentiert. Ich bin fast vom Hocker gefallen, nur 16 Prozent weibliche Hörer. Diese Zahl ist absolut erschreckend. Ich meine, es handelt sich nicht um einen Auto-Podcast oder einen Handwerker-Tutorials. Es geht um aktuelle Politik. Wie gesagt, das ist nicht repräsentativ und trotzdem ist es natürlich schon ein krasser Unterschied. Ja, man muss natürlich bei dieser Umfrage dazu sagen. Ich weiß, in Spotify, ja, ich will noch ganz kurz dazuschreien, wir sind ja auch auf Spotify und auf Spotify kann man ja in seinen Profilen angeben, ist man weiblich oder männlich. Und da sehe ich, da haben wir nicht annähernd so viel Hörer wie als Downloads, aber da ist so die Verteilung, glaube ich, aus dem Kopf 60, 40, sowas in der größten Ordnung. Also 60 Männer, 40 Frauen, immer noch mehr Männer, aber nicht ganz so krass, wie das hier in der Umfrage deutlich wird. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt, Philipp. Also da muss man sich ja immer die Frage stellen, liegt das daran, dass es tatsächlich so viel mehr Männer sind, die die Lage hören oder klicken einfach so viel mehr Männer diese Umfrage? Das ist ja auch eine sehr interessante Frage. Zum einen, wann hört man die Lage? Es könnte ja zum Beispiel sein, dass einfach aus irgendeinem Grunde es ein Bias gibt, dass Männer die Lage frühzeitiger hören. Denn es war ja das große Problem bei der Umfrage, dass nicht alle mitmachen konnten, die mitmachen wollten, sondern dass es nur so ein paar Slots gab. Ich weiß nicht, tausend, da wurden noch ein paar nachgebucht. Also jedenfalls konnten bei weitem nicht alle die Umfrage ausfüllen, die wollten. Vielleicht waren die Männer einfach schneller. Und dann könnte es einfach sein, wie gesagt, wir können das nicht statistisch nachweisen, dass Frauen einfach deutlich weniger den Impuls haben, bei solchen Umfragen mitzumachen als Männer. Wäre auch eine denkbare Erklärung. Also ich glaube, da sind im Zweifel die Zahlen von Spotify deutlich aussagekräftiger. Und auch unsere Kommentare zum Beispiel sprechen dafür. Oder wenn man sich die Likes auf Facebook anschaut, würde ich auch sagen, sind die relativ, ich habe das nicht ausgezählt, aber sind die relativ gleichmäßig verteilt zwischen Frauen und Männern. Es gibt auch sehr viel Feedback von Frauen in den Kommentaren. Insofern, also ich glaube, dass aus irgendeinem Grunde ist das vor allem ein statistisches Problem. Aber klar, auch das würde mich interessieren, was die Hörerinnen insbesondere dazu denken. Zum Beispiel, warum ihr, wenn es denn so war, tatsächlich gedacht habt, ihr macht nicht mit bei der Umfrage. Weiß ich auch nicht. Vielleicht gab es ja einen Grund dafür. Mal schauen. So, dann gab es einen Hinweis auf einen kleinen Fehler. Den musst du mal erläutern, Ulf. Ja, und zwar hatte jemand kritisiert, dass wir in unserem Beitrag zum Thema Iran, wo wir mit Lea gesprochen haben über den Atomdeal zwischen einer internationalen Gruppe und dem Iran, dass wir da fälschlicherweise gesagt hätten, dass sich der Iran in diesem Abkommen verpflichtet hätte, keine Atomwaffen sich zu verschaffen. Dem sei aber nicht so, meinte dieser Hörer und hat sich dann ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt. Da gab es dann eine wilde Diskussion in den Kommentaren, dass es ja das Grenze an Fake News und so und dieses ganze Abkommen sei wertlos. Und da wusste dann ein anderer Hörer diese Diskussion mit einem, wie ich fand, sehr hübschen, faktischen Hinweis zu beenden, in dem er einfach sagte, richtig, in diesem neuen Atomdeal steht nicht drin, dass der Iran keine Atommacht werden darf. Das musste aber auch nicht drinstehen, weil der Iran schon seit vielen Jahren Mitglied ist im Atomwaffensperrvertrag. Mit anderen Worten, es war längst für den Iran verboten, sich Atomwaffen zu beschaffen und dieses neue Atomabkommen mit dem Iran dient jetzt einfach nur dazu, bestimmte Regeln festzusetzen, wie man dieses Verbot auch tatsächlich umsetzt. Ja, also den Iran praktisch daran hindert, sich Atomwaffen zu beschaffen. Das heißt also, ja, das war, es war also nicht falsch, was wir gesagt haben. Der Iran darf sich tatsächlich keine Atomwaffen beschaffen. Es steht nur quasi in einem anderen Vertrag drin. Ja. Es gibt ja schon auch eine Menge Kommentare und eine fruchtbare Diskussion. Ich bin damit eigentlich so, wie es ist, recht zufrieden. Damit, denke ich, kommen wir zum Schluss. Vielleicht noch kurz der Hinweis, 20% Rabatt auf alles in unserem Shop ab dem 3.11. bis zum 5.11., also 3.11. bis 5.11. gibt es bei uns im Shop alles 20% billiger und der Gutscheincode ist 20wishes, also 2-0 wishes in einem Wort, findet ihr auch in den Shownotes. Genau, gibt es ein schönes T-Shirt, einen schönen Hoodie, gibt jetzt auch eine Tasse, weil der Wunsch, der nicht herangetragen wurde, ist, wir brauchen eine Tasse. Ich hätte auch gerne eine Tasse. Und dann, genau, kannst du dir da eine Tasse klicken. Kann ich mir eine Tasse klicken. Eine Lage der Tasse. Sehr schön. Wunderbar, Philipp. Damit soll es, glaube ich, gewesen sein. Ich würde denken. Ja? Ja, ich würde denken. Die Lage der Nation ist abschließend derartig, wie sich das gehört. Ja. Und genau, denkt mal drüber nach, ob ihr uns, wenn ihr es nicht schon tut, vielleicht unterstützt mit einem Dauerauftrag. Die Adresse dazu findet ihr unter küchenstudio.spenden oder ob ihr euch ein Abo klickt. Und wie gesagt, wir wollen dieses Projekt weiterentwickeln, besser machen, ausbauen und dafür brauchen wir eure Hilfe. Danke fürs Zuhören, gebt uns Sterne und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ein schönes Wochenende, eine gute Woche. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.